Unser nächster Fall, der ist ein ganz besonders dramatischer. Pierre Parke, seit acht Jahren wird er vermisst. Die Polizei, die glaubt, dass der Junge verschleppt wurde. Und die Familie, die hat eine ganz besonders schreckliche Befürchtung. Was ist, wenn Pierre gefangen gehalten, geschlagen und missbraucht wird? Denn es gibt in dem Fall diese eine Spur. Damals, da haben spezielle Mantrailer-Hunde die Fährte aufgenommen. Und die Beamten von Essen über die Autobahn bis nach Amsterdam geführt. Und dort ausgerechnet ins Rotlichtviertel. Wie wichtig diese eine Spur ist, das besprechen wir gleich mit Hundeführerin Alexandra Grunow. Sie kommt zu uns ins Studio mit ihrem Persönenspurhund Kojak, der vor gerade einmal drei Wochen seine letzte Leiche aufgespürt hat. Aber jetzt erst mal die Recherchen der Fall Pierre Parke. Der 21-jährige Pierre Parke aus Essen. Ein fröhlicher junger Mann. Er liebt Autos, Freundschaften sind ihm wichtig. Er sucht die Nähe zu anderen Menschen. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, Pierre Parke ist geistig behindert, hat die Fähigkeiten eines Kleinkindes, kann weder rechnen noch lesen. Pierre kommt als Frühchen zur Welt. Bei der Geburt wird sein Gehirn mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Die Ursache seiner Entwicklungsstörung. Seine leibliche Mutter stirbt an einem plötzlichen Leberschaden, nur einen Tag nach seiner Geburt. Pierre wächst beim Vater und seiner Stiefmutter auf, mit einer besonders engen Bindung zu seinen Großeltern. Als sein älterer Bruder Daniel von zu Hause auszieht, fühlt sich Pierre zunehmend einsam. Deshalb beschließt er im Jahr 2012 in ein Wohnheim für Menschen mit Behinderungen zu ziehen. Am 17. September 2013 verschwindet der damals 21-jährige Pierre Parke von einem Supermarktparkplatz spurlos, nicht weit entfernt von seinem neuen Zuhause. Ein Überwachungsvideo aus einem Getränkemarkt ist das letzte Lebenszeichen. Hat jemand diesen wehrlosen Menschen verschleppt? Ihn gar getötet? An manchen Tagen, da wacht man morgens grübelnd schon auf und kommt einfach nicht mehr aus den Gedanken raus. Seit Jahren haben Piers Eltern deshalb nur einen Wunsch. Wenn jemand weiß, wo Pierre steckt, bitte sagen Sie, wo Pierre steckt. Weil diese Ungewissheit, die ist fast nicht mehr auszuhalten. Seit Piers Verschwinden ist BILD-Chefreporter Frank Schneider in engem Kontakt mit den Eltern. Das Schicksal ihres Sohnes beschäftigt auch ihn bis heute. Wie ist es möglich, dass ein junger Mann mitten in Essen am helllichten Tag während des Einkaufens vermutlich von einem Supermarktparkplatz verschwindet? Wie kann es sein, dass sich bis heute bei der Polizei kein Zeuge gemeldet hat, der wirklich weiß, was mit Pierre Parke geschehen ist? Und auch die Ermittler geben Pierre nicht auf. Die Hoffnung tatsächlich habe ich, dass Pierre noch leben kann. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber es kann im schlimmsten Fall auch so sein, dass Pierre schon vor längerer Zeit gestorben ist und wir einfach ihn nicht finden können. Wo ist Pierre Parke? Der Fall des geistig behinderten, hilflosen 21-Jährigen bewegt bis heute viele Menschen in Essen und weit über das Ruhrgebiet hinaus. BILD-Chefreporter Frank Schneider und seine Kollegen aus der Essener BILD-Redaktion berichten vom ersten Tag an über den Fall. Pierre auf Parkplatz verschwunden. Angst um vermissten Pierre. Spur führt ins Rotlichtviertel von Amsterdam. Hier ist es eben so, dass ein Erwachsener verschwunden ist, der aber das geistige Niveau eines Kindes hat und wirklich als hilflos gilt. Und die Familie hat sich deshalb auch von Anfang an große Sorgen gemacht. Und es war sehr schnell klar, der ist nicht freiwillig weg. Diese Familie hat schon so viel Schicksal erlebt, so viel Elend erlebt. Jetzt muss denen das auch noch widerfahren. Das hat einen, muss man sagen, auch als Reporter natürlich nicht kalt gelassen. Das Polizeipräsidium in Essen. Seit acht Jahren laufen hier die Fäden im vermissten Fall Pierre Palke zusammen. BILD-Chefreporter Frank Schneider ist mit Kriminalhauptkommissar Ralf Menghorst verabredet. Auch der ehemalige Leiter der Ermittlungskommission ist von Anfang an mit dem Fall betraut. Ich hoffe immer, dass wir noch mal zu einer Lösung kommen. Dass wir entweder Pierre wiederfinden oder zumindest ein Ergebnis bekommen, wo wir abschließen können mit der ganzen Geschichte. Klar gibt es Tage, wo ich nicht dran denke, aber es gibt keinen Monat, wo ich jetzt mal gar nicht dran denken würde. Was ist mit Pierre Palke geschehen? Dienstag, 17. September 2013. Am Nachmittag verlässt Pierre die Heimstatt Engelbert in Essen-Frillendorf. Eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, in der er seit mehr als einem Jahr lebt. Das Behindertenwohnheim ist eine offene Einrichtung. Die Bewohner dürfen sich also auch außerhalb frei bewegen. Diesen Weg, nur 200 m vom Behindertenwohnheim in Essen entfernt, ging Pierre Palke eigentlich jeden Tag. Er wollte hier zu dem Getränkemarkt. Auch am Tag seines Verschwindens. Um Pfandgeld zu bekommen, will Pierre hier seine Flaschen umtauschen. Weil diese wie so häufig noch halb voll sind, kommt es zu einer Diskussion mit der Verkäuferin. Frustriert packt Pierre seine Flaschen wieder in seinen Rucksack und verlässt den Getränkemarkt. Eine Überwachungskamera filmt genau diesen Moment. Die letzten Aufnahmen von Pierre Palke. Das sind Bilder, die ihn da nochmal zeigen. Auch in seiner typischen Art, wie er sich bewegt hat. Auch seine Bekleidung, die wir dort sehen. Die letzten Anhaltspunkte von ihm. Pierre kann aufgrund seiner Behinderung weder lesen noch rechnen. Oft ist er orientierungslos. Sein Weg führt ihn an diesem Tag noch weiter zu einem Supermarkt. Er will sich neue Getränke kaufen. Doch auch dieser Besuch endet erfolglos. Sein Geld reicht nicht, wie eine Zeugin später berichtet. Es ist kurz nach 19 Uhr, als Pierre an der Kasse in diesem Penny-Supermarkt versucht, mit einem alten Netto-Kassenzettel zu bezahlen. Auch hier wird er abgewiesen. Enttäuscht und niedergeschlagen verlässt Pierre den Supermarkt zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr. Was dann geschieht, ist bis heute unklar. Er hat diesen Laden dort durch die Tür verlassen. Da ist die Ausfahrt Richtung Autobahn. Dann könnte also theoretisch sein, wir stehen genau an der Stelle, wo er möglicherweise auf den Täter getroffen ist. Das könnte tatsächlich so sein. Wir sehen hier einen Bereich, auch ein Industriegebiet. Hier sind verschiedene Geschäfte. Hier fahren auch verschiedene Fahrzeuge auf. diesen Parkplatz und verlassen den weder. Und ja, hier kann alles passiert sein. Deshalb will die Polizei wissen, wer hat am 17. September 2013 zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr Pierre Palke rund um den Penny-Supermarkt in der Ernestinenstraße in Essen-Frillendorf gesehen? Wer hat beobachtet, wie Pierre möglicherweise in ein Auto gestiegen ist und weggefahren wurde? Grundsätzlich war Pierre begeistert von Autos und hat sich auch im Heim gerne solche Sachen belohnen lassen. Also es war so eine Geste dort, dass wenn etwas gut gelaufen ist oder besonders gut gelaufen ist, dass er dann mit einem Auto mitfahren durfte und das fand er immer toll. Und insofern ist das natürlich auch ein Einfallstor gewesen für einen Täter. Aufgrund seiner geistigen Behinderung behandelt die Essener Polizei den Fall Pierre Palke wie die Vermissten-Sache eines Kindes. Auch die Bild-Zeitung berichtet sofort über den Fall. Wir haben sehr schnell davon erfahren, weil die Familie so einen Tag danach schon selber Suchplakate aufgehangen hat mit ihren Handynummern. Dadurch hatten wir sehr, sehr schnell Kontakt zur Familie. Auch der Kontakt zur Essener Polizei ist hier bei uns sehr vertrauensvoll und gut. Und deswegen haben wir auch sehr schnell Kontakt zur Polizei aufgenommen. Und dort war die Sorge auch sofort sehr groß. Schnell war klar, dass sich Pierre nicht einfach verlaufen hat. Die Polizei bildet umgehend eine Ermittlungskommission, sucht mit Hochdruck, befragt Mitarbeiter von Krankenhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis. Hundertschaften durchkämmen die Umgebung rund um den Ort des Verschwindens, suchen auch intensiv in diesem Waldstück unweit des Penny-Supermarktes. Nachdem wir sämtliche Suchmaßnahmen und Befragungen im näheren Umfeld erfolglos beenden mussten, haben wir weiter überlegt, wo er sein könnte. Es gibt die Möglichkeit, mit Suchhunden jemanden aufzufinden bzw. dessen Spur zu verfolgen. Das haben wir in diesem Fall auch mit den sogenannten Man-Trailer-Hunden gemacht. Und dann sind wir im Grunde ohne eine Richtung losgegangen und waren dann sehr überrascht, wo diese Hunde uns hingeführt haben. Wo ist Pierre Palke? Der 21-Jährige wurde zuletzt am 17. September 2013 in diesem Penny-Supermarkt im Essener Stadtteil Frillendorf gesehen. Pierre ist seit seiner Geburt behindert, hat die geistigen Fähigkeiten eines Kleinkindes. Hat jemand diesem wehrlosen Menschen etwas angetan oder ihn entführt? Wird Pierre gefangen gehalten? Da kann man nur hoffen, dass da jemand, der es weiß, die Kraft hat, zu sagen, was es ist. Weil dann müssen wir nur mit einer Wahrheit leben. Auch die Ermittler suchen seit mittlerweile 8 Jahren nach neuen Spuren und Hinweisen. Vergeblich. Anfang Oktober 2013. Der vermeintliche Durchbruch. Man-Trailer-Hunde der Polizei, die gezielt nach vermissten Personen suchen, führen die Ermittler auf eine erste heiße Spur. Ganz in der Nähe von Piers Behindertenwohnheim schlagen die Hunde an einem Auto und einer Wohnung an. Und sowohl der Halter des Fahrzeugs als auch der Mieter der Wohnung sind wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft. Wir haben aufwendig versucht, auch in der Wohnung Spurensuche zu betreiben und Hinweise zu finden, ob es eine Verbindung gegeben hat. Das konnten wir so aber nie nachvollziehen. Und entsprechend keine Beweislage schaffen, die dazu geführt hat, dass der Mann dringend tatflächlich gewesen sein könnte. Aber ausschließen kann man es auch nicht? Nee, ganz ausschließend können wir es nicht. Wenn da kein Geständnis kommt oder eine eigene Einlassung, die wir in dem Fall jetzt auch nicht hatten, können wir das nicht beweisen. Und dann sind wir genauso schlau wie zuvor. Die Hunde führen die Ermittler aber noch zu einer anderen Stelle. Die ehemalige Autobahnauffahrt in Essen-Frillendorf, nur wenige hundert Meter von Piers Wohnheim entfernt. Begonnen hat die Spur unweit von hier im Bereich seines Wohnheimes. Und bei den letzten Aufenthaltsorten an den verschiedenen Getränkemärkten, da haben wir in einem letzten Parkplatz eine Spur, dass wir sagen, seit danach wissen wir nichts mehr. Und dann sind wir hier hingekommen. Also ist die Vermutung, dass er dort in ein Auto gestiegen ist und wie ist es dann weitergegangen? Genau wissen wir es natürlich nicht. Aber letztlich müssen wir davon ausgehen, dass er mit einem Auto, wie auch immer, ein PKW, ein LKW auf diese Autobahn gekommen ist. Und eine Fortbewegung zu Fuß scheidet im Grunde aus. Die Runde verfolgen die Geruchsspur sogar über die Autobahn A40 Richtung Duisburg und über die A3 Richtung Arnheim bis nach Amsterdam. Ins Rotlichtmilieu. Hier verliert sich die Spur. Wir hatten einen Bereich in Amsterdam, wo wir gedacht haben, dort könnte er oder dort wird er gewesen sein. Wir haben auch dort Hinweise versucht zu bekommen und die Niederländer haben auch eigene Ermittlungen angestellt. Letztlich konnten die uns aber auch nicht am Ende eine heiße Spur bringen und wir haben kein Lebenszeichen von Pierre in den Niederlanden finden können. Der schreckliche Verdacht? Wurde Pierre von Menschenhändlern verschleppt? Wird ein hilfloser Mensch zur Prostitution gezwungen, missbraucht oder gefangen gehalten? Wir waren ja auch in Amsterdam und wir haben alles getan. Wir waren im Rotlichtmilieu, wir waren überall. Wir haben Bilder, also Plakate verteilt und haben auch die Prostituierten und alle anderen befragt, aber keiner konnte uns was sagen. Und die Angst ist ganz klar, dass er da gegen seinen Willen festgehalten wurde. Nach der Hoffnung der Rückschlag. Alle Hinweise sind abgearbeitet, die Spuren überprüft. Die Ermittlungskommission wird eingestellt. Der Fall Pierre Parke wird zum Cold Case. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn jemand ermordet wird, ist das etwas ganz Grauenhaftes und Schreckliches. Aber die Menschen haben irgendwann die Chance, mit ihrer Trauer zu beginnen, weil sie wissen dann, was passiert ist, spätestens im Prozess. So brutal auch manchmal die Details sind, aber die Familien haben irgendwann einen Punkt, wo sie mit ihrer Trauer und Verarbeitung beginnen können. Das ist in vermissten Fällen häufig überhaupt nicht so, weil man ja überhaupt nichts weiß. Und auch vielleicht die Sorge immer noch zu glauben, vielleicht lebt mein Kind noch, wird seit Jahren gefangen gehalten. Und ich glaube, das ist etwas, was viel mehr zermürbt als vielleicht eine grausame Gewissheit. Deshalb geben sie alle nicht auf. Die BILD-Reporter, die Ermittler und die Familie. Wenn jemand weiß, wo Pierre steckt, bitte sagen Sie, wo Pierre steckt. Auch wenn Pierre nicht mehr leben sollte, bitte. Die brauchen der Polizei ja nur einen anonymen Tipp geben. Das würde ja schon reichen. Darüber hinaus will die Polizei wissen, wer hat Pierre Parke am 17. September 2013 in der Zeit nach 19.15 Uhr noch gesehen? Pierre Parke ist 1,75 groß, schlank, hat blonde Haare und blaue Augen. Am Tag seines Verschwindens trug er einen cremefarbenen Kapuzenpulli mit schwarzen Streifen an den Ärmeln und Aufdruck auf der linken vorderen Seite. Dazu ein dunkles T-Shirt mit gelbem Aufdruck, weiße Turnschuhe mit Klettverschluss. Er trug einen hellblauen Rucksack mit breiten Riemen. Wem ist am 17. September 2013 zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr rund um den Parkplatz des Penny-Supermarktes in der Ennestinenstraße in Essen-Frillendorf etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oder hat gesehen, wie Pierre Parke in ein Auto eingestiegen ist und weggefahren wurde? Wer hat am 17. September 2013 oder in den Tagen danach in oder auf dem Weg in die Niederlande, speziell in Amsterdam, Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit dem Verschwinden Pierre Parkes in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Essen unter 0201 8290. Die Polizei Essen bittet in dem vermissten Fall Pierre Parke noch mal darum, dass sich Zeugen melden, die Feststellungen gemacht haben, die wir neu bewerten können in der heutigen Zeit und mit der wir vielleicht den Fall abschließen können. Ob Täter, Mitwisser oder Zeugen, melden Sie sich bei der Essener Polizei. Die Eltern und Großeltern von Pierre zahlen für sachdienliche Hinweise, die zum Auffinden von Pierre führen, zusätzlich eine Belohnung in Höhe von 15.000 Euro. Das alles, damit aus dem Cold Case Pierre Parke nach acht Jahren ein aufgeklärter Fall wird. Und bei uns im Studio ist jetzt Alexandra Grunow mit ihrem Spürhund-CoJack. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hi. Sie haben mir vorher gesagt im Vorgespräch, dass CoJack in den vergangenen drei Jahren 55 Mal erfolgreich war. Sagen Sie einmal, was bedeutet das Erfolgreichsein bei ihm? Bei ihm heißt es, dass er entweder Leben findet direkt oder Tod findet direkt oder uns den Fall aufklärt in dem Sinne, dass er uns sagt, wo, was, wie weiter ermittelt werden kann und dass das dann auch zum Erfolg bringt. Gibt es bei diesen 55 erfolgreichen Fällen einer, wo Sie sagen, an den erinnern Sie sich besonders, der sticht raus? Der ist sogar davor passiert. Ich habe jetzt nur mal die drei Jahre mit den 55 Fällen gehabt. Der war noch davor. Das war sehr spektakulär, weil das der Faschingsprinz in München war. Und der hatte seine Frau als Vermisst gemeldet. Und wir sind dazugekommen, weil es eigentlich um eine Vermisstensache ging. Und das kommt öfters mal vor. Und wir haben dann die Hunde angesetzt mit einem Geruchsartikel an dem Platz, wo ihr Auto geparkt war und mit ihrem Geruch. Und die Hunde sind nicht gelaufen. Also da war um das Auto drumherum, aber nicht mehr. Dann haben wir gesagt, das gibt es doch nicht, weil irgendwo muss eine Spur sein von ihr, wenn sie dort war. So, dann haben wir Geruch nochmal aus der Wohnung geholt. Und das war dann Geruch von ihm und ihr. Mischgeruch aus der Wäschetruhe. Und haben den Hunden den zu riechen gegeben. Und plötzlich liefen die Hunde. Und sie liefen aber auf diesen Mischgeruch, aber nicht, was man dachte, zur Bahn, weil das Auto war in der Nähe der Bahn geparkt, sondern Richtung nach Hause. So, und dann sind wir eigentlich fast zu Hause angekommen und gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Und dann haben wir in dem Augenblick einfach gedacht, was hat er damit zu tun. Und dann haben wir einen großen Titel von ihm bekommen, einen eindeutigen. In der Zwischenzeit hat er versucht, sich das Leben zu nehmen, weil wir ihm auf die Spur gekommen sind. Und die Hunde haben dann eindeutig quasi festgestellt, dass er das Auto dort geparkt hat und von dort aus nach Hause gelaufen war. Und ja, er hatte seine Frau vorher ermordet, in das Auto geparkt, weggefahren, im Wald vergraben und dann das Auto dort hingestellt und ist nach Hause gelaufen und hat sie als vermisst gemeldet. Sie haben jetzt gerade mehrfach Geruchsartikel gesagt. Was genau bedeutet, ist das ein T-Shirt, eine Socke, was nimmt man da? Genau, also teilweise nehmen wir sogar die Innensohle vom Schuh, weil ein T-Shirt kann sein, dass die ja vorbeigegangen ist und dann fällt schon Geruch drauf. Das heißt, so wirklich eindeutig sauber von dem Vermissten ist manchmal die Schuhsohle, also innen drin, weil da fährt keiner drin an, sei es im Pflegeheim oder sonst wo. Nehmen wir eben etwas, was wirklich nach der Person riecht ausschließlich. Jetzt liegt Kojak hier vor uns, hat es sich gemütlich gemacht. Gut so für ihn. Was zeichnet ihn denn aus? Was hat er gelernt, dass er so überragend Menschen und Vermisste aufspüren kann? Also er kann besonders alte Spuren arbeiten, er kann besonders mit Minimalgeruch arbeiten und er ist einfach extrem hartnäckig, er gibt nicht auf, er will den Fall lösen, er nimmt uns mit, er ist ein richtiger Anführer. Und das zeichnet ihn aus, dass er sich nicht beeinflussen lässt von irgendwas. Jetzt haben wir hier über den Fall Pierre Parke gesprochen und eben diesen Ansatz, den die Ermittler haben, dass damals spezielle Man-Trailer-Hunde eben die Fährte aufgenommen haben über die Autobahn bis nach Amsterdam. Wie muss man sich das vorstellen? Was genau riechen die Hunde da durch das geschlossene Auto an der Straße? Wie funktioniert das? Also lange Zeit haben wir gedacht auch, dass der Hund eigentlich nur das Auto von dem tatsächlich Vermissten auch riechen kann. Also wenn der in sein Auto einsteigt und wegfährt, dann ist so viel Geruch, ich nenne es jetzt einfach mal Geruch, Geruchspartikel an diesem Auto auch draußen dran in der Lüftung, dass es ausreicht, dass der Hund die Spur verfolgen kann. Damit haben wir auch wenig Probleme. Wenn der Vermisste in ein Fremdauto einsteigt oder in den Bus oder so, dann tun sich die Hunde schwerer, tatsächlich das verfolgen zu können, weil das Auto nicht den Geruch von der Person hat. Also das wird immer weniger, immer schwieriger und je schneller das Auto fährt, umso weiter komplizierter wird das. Das ist immer, kann man sagen, kann funktionieren, muss nicht 100% funktionieren. Das ist immer eine heikle Geschichte. Aber man muss die Hunde speziell darauf trainieren, dass die mit so wenig Partikeln wirklich lernen umzugehen und nicht jeder kann es. Ich wollte fragen, kann das grundsätzlich, ich hatte 13 Jahre lang einen Gordon-Utriva, hätte der das lernen können? Ja, das macht nicht die Rasse aus, sondern die Art des Trainings. Und es wird ja immer behauptet, Hunde können nicht besonders alt oder nach 24 Stunden geht es nicht mehr. Das ist totaler Quatsch. Also er hat vor drei Wochen so was, vier Wochen Vermissten gefunden, in 25 Minuten, Auto war geparkt und wir haben ihn verfolgt und dort gefunden. Also das ist nachweislich erwiesen, dass es funktioniert. Aber es ist eine Trainingssache und wenn man falsch trainiert oder anders trainiert, dann können die Hunde das auch nicht. Ich würde Sie gerne zum Abschluss noch fragen, wie ist das, wenn Sie also mit ihm zusammen durch den Wald suchen, suchen, suchen und dann stößt man auf den Vermissten, aber der ist tot. Wie ist das für Sie persönlich? Ich habe zum Glück meinen Hund dabei und der ist dann mein Therapeut gleich. Man kann sich um den Hund kümmern, weil für ihn ist das auch ein Thema. Also tot ist nicht so, dass er sagt, juhu, ich habe das gefunden, was ich suche, sondern er ist das auch unangenehm. Und ich helfe ihm dann, er hilft mir und damit haben wir trotzdem auch einen Erfolg, weil wir das gefunden haben, was wir gesucht haben. Und ja, wir unterstützen uns dann gegenseitig. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, zusammen mit Kojak. Ihnen beiden viel, viel Erfolg für die Zukunft. Und eben im Fall Pierre Palke, da ist es so, dass eben egal ob Täter, ob Mitwisser, ob Zeugen, helfen Sie Pierre. Und vor allem helfen Sie der Familie, endlich Gewissheit zu haben und eben im schlimmsten Fall auch abschließen zu können. Haben Sie Pierre gesehen? Wissen Sie, was mit ihm in Amsterdam geschehen ist? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Essen unter 0201 82 90 entgegen. Und Piers Familie hat auch eine Belohnung ausgesetzt. 30.000 Euro für den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung des Falls.